Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keiner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Manentation an. Dieser hat über Changer.com geschrieben, welches er mit 4,8 Sterne bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Changer.com ist eine Plattform, auf der man Kryptowährungen, also digitale Währungen, umtauschen kann. Man kann dort beispielsweise Bitcoins erwerben und verkaufen oder in Dogecoins tauschen. Neben dem Währungswechsel gibt es noch ein Affiliate-Programm und Rabattsystem, welches ich ebenfalls vorstellen möchte. Gegründet wurde die Webseite im Jahre 2009 unter dem Namen xchanger.org und später 2014 zu Changer.com umbenannt bzw. umfilmiert. Hauptaufgabe von Changer ist der Währungswechsel, den man ohne und mit Account vornehmen kann. Wenn man sich allerdings einen Account erstellt, bekommt man Zugang zum Rabattsystem, worauf ich etwas später zu sprechen komme. Der Währungswechsel läuft in drei einfachen und schnellen Schritten. Zunächst wählt man die Währung aus und die Wechselrichtung und den Betrag, den man tauschen möchte. Dann bekommt man die Summe angezeigt, die man in der neuen Währung ausgezahlt bekommt und welche Gebühren anfallen. Bei Changer sind so ziemlich alle digitalen Währungen und Kryptowährungen vertreten. Bitcoins, Litecoins, Ether, Dogecoins, Dash, Ether Classic, Lisk, Bytecoin, Peercoin, Ubits, Claims, TifaUSD, Monero, Namecoin und Matesafecoin. Außerdem kann man aber auch zwischen digitalen Geldbörsen Geld wechseln wie Perfect Money, Perfect Money Voyager, OkPay, Payer, ADVCash und BDCEUSD. Das API-Angebot ist für alle Softwaresteller interessant, denn Changer bietet an die API kostenlos und dauerhaft zu nutzen. Mit dem API kann man dann in der eigenen Software Geldtransfers über Changer durchführen. Alle nötigen Informationen dazu findet man auf der Webseite. Wie bereits angedeutet, kommt man in den Genuss von Rabatten, wenn man sich einen eigenen Account bei Changer.com erstellt. Die Registrierung ist in wenigen Schritten vollendet und unterscheidet sich nicht von anderen Registrierungsprozessen, das heißt der typische Ablauf mit Name, E-Mail-Adresse, Passwort usw. Das Rabattsystem berechnet sich je nach Volumen und geht von 5% bis hoch zu 25%. Wenn das Tauschvolumen zum Beispiel bis 500$ beträgt, bekommt man einen Rabatt von 5% gutgeschrieben. Bei 100.000 bis 200.000 USD sind es bereits 15%. Bei 500.000 bis 600.000 USD 20% und bei mehr als einer Million USD schließlich 25%. Es sind auch noch Zwischenschritte vorhanden, wo man 13% oder 21% bekommt. Die Tabelle für die Rabatte findet man direkt bei Changer.com, auch ohne Anmeldung. Bekannt geworden ist Changer vor allem durch unzählige Weiterempfehlungen der Nutzer. Diese Weiterempfehlungen werden mit einer Provision belohnt. Um als Partner bei Changer zu fungieren, reicht eine einfache Anmeldung, das heißt jeder der sich registriert hat, kann automatisch am Partnerprogramm teilnehmen. Man bekommt dann einen Referral-Link, wenn sich jemand über diesen Link anmeldet und tatsächlich Geld wechselt, bekommt man 15% Provision auf die Gebühren der Geldwechselaufträge. Die Provision wird auf das Changer-Konto gutgeschrieben und man kann sofort darüber verfügen. Um seinen Link oder seinen Code zu bewerben, stellt Changer diverse Banner zur Verfügung, die man zum Beispiel auf seine Webseite einbinden kann. Neben einem Banner kann man auch das Widget von Changer verwenden. Dieses ermöglicht den direkten Geldwechsel, abgewickelt über Changer auf der eigenen Homepage. Dabei sind Widget und Banner selbstverständlich mit der eigenen Affiliate-ID verbunden, so dass alles über den persönlichen Account geschieht und man die Provisionen bekommt. Wenn man viel im Internet unterwegs ist, dort vielleicht ein Geschäft hat oder investiert, dann ist die Chance hoch, dass man auf Kryptowährungen stößt. Die Anzahl der Währungen hat zugenommen, viele waren viel versprechend, andere nicht. Ich bin seit den Anfängen der Bitcoins immer mit großem Interesse dabei gewesen und habe ausgewählte Währungen gekauft. Irgendwann sammeln sich so viele an, dass man schon fast den Überblick verliert. Da meiner Meinung nach einige davon unnötig waren, musste so etwas wie Changer her. Ein Ort, wo ich Einheitlichkeit schaffen kann in meiner Geldbörse. Wichtig war mir vor allem Vielfalt und die habe ich hier gefunden. Gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Die Anmeldung und der Account. Da gibt es nicht viel zu sagen und ich denke, jeder würde hier sofort sich zurechtfinden. Der Account, der Mitgliederbereich ist sehr übersichtlich. Es ist sehr benutzerfreundlich und leicht zu durchschauen. Der Geldwechsel. Der Wechsel ist so einfach wie beschrieben. Ich habe zunächst sämtliche Kryptowährungen umgewechselt, damit ich nur noch eine in der elektronischen Geldbörse habe. Ansonsten ist es super praktisch, um zwischen den ganzen Geldbörsen zu wechseln, da die Anbieter selbst wie ADV Cash nicht anbieten. Da viele Seiten unterschiedliche Zahlungsanbieter im Programm haben, ist es nützlich, wenn man die Möglichkeit hat, schnell Geld hin und her zu senden. Das Partnerprogramm. Ich habe dürftige Erfahrungen als Affiliate Marketer gesammelt und mich dementsprechend langsam an das Partnerprogramm herangetastet. Da dieses aber sehr einfach aufgebaut ist, habe ich es letztendlich gewagt. Im Prinzip betreibe ich dies im relativ kleinen Stil, das heißt, ich empfehle es Leuten aus dem Bekanntenkreis, wo ich weiß, dass sie es gebrauchen können. Das große Geld ist es nicht, aber es ist ein sehr nettes Zubrot. Wenn man dies im großen Stil betreibt und auf einer eigenen Webseite, Blog oder Shop bewirbt, kann ich mir vorstellen, dass dort viel Potenzial liegt. Besonders wenn man sich da ein paar Leute ans Land holt, die wirklich große Summen wechseln, kann man durch die Provision richtig an Geld kommen. Vor allem kann man Changer gut mit anderen Affiliate Programmen verbinden. Man muss nicht so viel Kraft aufwenden, um jemanden zu überzeugen, wie es bei anderen Partnerprogrammen der Fall ist. Man muss nicht wirklich etwas verkaufen, denn entweder der Interessent braucht etwas wie Changer.com oder eben nicht. Das heißt, es ist gut etwas, was man nebenbei betreiben kann, ohne viel Zeit aufzuwenden. Mein Fazit. Es ist schnell und unkompliziert. Es ist eine schöne Lösung, wenn man Währungen wechseln muss. Das Angebot ist groß und die Gebühren sind angemessen. Mit dem Rabattsystem kann man noch Geld sparen und mit dem Partnerprogramm sogar Geld verdienen. Alles in allem finde ich Changer.com sehr gelungen und würde es jedem ans Herz legen, wer gerade auf der Suche nach einer solchen Plattform ist. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de